So, so viel wollte ich eigentlich gar nicht aufnehmen. Boah, alles nochmal machen, ey. Ernsthaft? Ach, na gut, so viel war es eigentlich gar nicht. Jetzt einfach nur die ganzen Typen nochmal abzuneckern. Na gut, das ist jetzt echt nicht viel. Muss man jetzt auch mal sagen. So viel war das gar nicht. Ich habe mich nur etwas inkompetent angestellt. Na gut, etwas mehr als die meisten anderen. So, jetzt sind die wahrscheinlich genau von da drüben gekommen, wo ich gerade noch war. Also easy peasy. Ignoriert einfach, dass ich ihn auf den Boden erschieße. So, jetzt als nächstes kommt der von da drüben, oder? Genau. So, den gebe ich mal ordentlich mit. Ach du Scheiße. Was der Typ für einen Aim hat. Boah, das waren jetzt aber mindestens 20 Headshots. Gut, dass der gar nicht trifft. Das müssen wir überhaupt keinen Schaden machen. So, jeder Schuss ein Headshot. So, jetzt habe ich den mindestens 30 Headshots gegeben. Ah, jetzt geht er da. Okay. Dann müssen jetzt die als nächste kommen. Genau. So, wenn man weiß, von wo die kommen, da ist es schon mal eine ganze Ecke leichter. Ach so, wir waren hier vorhin. Gut, dann weiß ich jetzt nicht, wo wir hin müssen. Vielleicht hier? Wo denn? Oh. Soll ich vielleicht nicht lang gehen? Vielleicht mal hier ein Loch reinschneiden, damit ich da auch durchkomme. Okay. Oh, das war jetzt nicht klug. So. Wo müssen wir jetzt hin? Sorge für Unterstützungsfeuer. Wo müssen wir denn hin? Hier lang. BAM! Zack, BAM! Okay, jetzt geht es richtig ab hier. Das ist eine Ballerei in dem Spiel. Das ist unglaublich. Das macht auch richtig Bock, muss man wirklich sagen. Also, die haben nicht zu wenig versprochen mit dem Spiel. Also, geballert wird hier echt ohne Ende. Das müssen wir jetzt einfach mal sagen. So. Jetzt fett ausrüsten. Boah, was hier jetzt alles drin war. Vielleicht werde ich auch ein bisschen mit der Schrotflinte spielen. Boah, eine doppelläufige Schrotflinte. Äh, eine doppelhändige meinte ich. Doppelläufig habe ich hier schon. So, lass mich erstmal hier looten. So. Warum steht der da jetzt so behindert? Okay, erstmal wieder looten. Das ist echt ziemlich geil. Das Loot-System gefällt mir richtig. Mit den Munitionsfarmen und so. Oh! Ach, verreckt, du Kackvieh. Da ist doch irgendwo hier einer. Da bleibt ja kein Auge trocken bei den Dingern, ey. Scheiß, die Wand dann. So, ich muss jetzt erstmal noch alles fertig looten. Das Teil wieder aufladen. So. Okay, jetzt kann es losgehen. Mit einer doppelläufigen Schrotflinte kann der gar nichts. Gar nichts können die. So. Boah, der lädt immer beide gleichzeitig nach. Das ist ein bisschen blöd. Boah, da war ein Medipack. Oh, ist das jetzt echt nötig? Mehr Medipacks. So, alles nachladen dauert ein bisschen lang mit dem Ding. Muss man jetzt auch mal sagen. So. Kommt nur her, ihr Schweine. Kommt nur her. Lol. Von wo? Ach. Kackvieh. So, Enigma-Code-Fragment-2-3? War ich nicht schon bei dem 8-9? Lol. Er hat einfach mal hinter den Tisch gecampt. Okay. So. Geht's hier unten weiter. Noch ein Medipack. Wo hat der gerade geredet? Alter. Die Henne. Woher kommt denn jetzt die hammergeile Musik hier? So. Wo ist denn jetzt der Ferguson? Ne. Hier. What the fuck? Wo ist der hin? Okay. Ich wechsle immer wieder auf Sturmgewehr. Ach, ist der hier runter? What? 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 Oh Gott. Nein. Nein. Nicht alles nochmal machen. Nein. Bitte nicht. Meine Herren, du. Jetzt wurde ich von so einem schwulen Geschütz abgeknallt. Oh, jetzt darf ich echt alles nochmal machen. Ach, scheiße. Ach, das ist doch eine Dreckspisse hier schon wieder. Boah, verpiss dich, du Wichs. Drecksarschvieh. So. So. Das Teil wieder aufladen, genau. Oh Mann, ey. Aber die Geschütze sind ja überhaupt nicht gekennzeichnet. Das sieht man ja gar nicht. So. Wo ist denn der Kerl? Alter. Wo ist denn der Fergus? Der soll mir mal helfen hier. Ich will mich ja gar nicht looten, wenn die mich die ganze Zeit hier anschießen. So. So. Eigentlich ist es ein bisschen Munitionsverschwendung, was ich hier die ganze Zeit gemacht habe. so voll drauf zu halten, weil ein Schuss reicht ja pro Person. Somit, da man zwei Waffen hat, kann man eigentlich immer instant alle killen. Okay, gut, so viel Wasser jetzt gar nicht, was man nochmal machen musste. Okay, Signigma-Code-Fragment habe ich jetzt trotzdem. Okay, gut, dann sind wir ja schon wieder da. Oder? So, jetzt Limit erreicht. Na gut, dann schießt man wieder ein bisschen mit dem Maschinengewehr. So, jetzt nochmal. Ach, verpiss dich. What? Nein! Ey, das kann doch nicht wahr sein. Der hat mir instant 100 Schaden gemacht. What the fuck? Ich weiß, es ist nervig. Es ist richtig nervig. Schrottflinten. Alter! Überleb einfach, überleb einfach mal, meine scheiß Schrottflinten. Jetzt ist er auf einmal wieder da, der Fergus. So, na gut, bei den Typen lohnt sich so ein Dauerfeuer schon eher. Lass das Teil aufladen. Oh man, ist alles nochmal zu machen, ist echt ein bisschen gay. So. Wie der Fergus einfach gar nichts macht, ey. Schon ein bisschen krass hier. Du wiederholst dich, Fergus Ball. So. Okay, wenigstens geht es schnell hier. Komm her, du Kackviech. Wo ist es denn? Der Fergus kniet hinter dem und ist zu dumm, den abzuknallen. Das ist echt ein bisschen heftig. Jetzt weiß ich auch, woher ich die ganze Zeit instant so viel Damage kriege. Ich werde überhaupt nicht beschützt von dem. So, jetzt doppelläufige Schrottflinte. Jetzt instant den hier. What the fuck? Einfach nur what the fuck? Der hat mir jetzt 90 Schaden gemacht. Alter. Der Typ ist echt ein bisschen OP. Unser gepanzerte Mega-Arsch. So. Okay. Jetzt müssen wir hier raus. Und die ganzen Geschütze hier zerstören. So. What? So. Jetzt hier runter. Lol. Hammergeil. Oh, jetzt muss ich fahren. Oh mein Gott. Oh oh. What the fuck? What the fuck? Alter. Oh oh. Ja mach ich doch. Mach ich doch. Los. Geh da rein. Oh. Jetzt geht's vor knapp, du. Boah, das war knapp. Da hat gerade einer halt die Schnauze gesagt. Oh. Oh. Schluck auf. Oh. Tja, scheiße gelaufen. Unglaublich, dass du da rausgekommen bist. Boah, war das jetzt krass, ey. Oh. Oh oh. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.